Noch eins? Jo, noch eins. Ich bin ja dafür, dass wir eins von den Fahrzeugen nehmen. Oh, guck mal einer an. So, erwischt. Boah. Jetzt geht doch mal weiter hier. So, ich bin mal bei der doppelten Mini-Uzi. Liegen die auch vor irgendwas oder so? Okay, um ehrlich zu sein, die war für scheiße. Das bringt einfach so nix. Die Waffe ist ja an sich total scheiße, aber wenn sie mal trifft, dann ist sie echt kräftig. So, lebt der da hinten noch? Ah, lebte scheinbar noch, weil da kam noch Blut. Oh, oh, oh. So, jetzt. Granatenhagel. Wow, 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 was war das denn? Das war aber nicht schön. Das finde ich gar nicht in Ordnung, wenn ich mal irgendwie so viel abkriege, dass ich schon eine Deckung gehen muss. Toll, das geht nicht. Okay, ah, dich haben wir aber. Nicht, halt dich, dich haben wir jetzt. So, jetzt werde ich auch mal wieder ein bisschen aktiver, weil ich habe gemerkt, ich war ja so ruhig. Oh. Von wo? Wo? Wo, 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 wo? Ich sehe niemanden, ich sehe niemanden, ich sehe auch niemanden. Denn, ja, wäre ich vielleicht am Boden liegen geblieben, hätte es vielleicht noch Chancen gegeben für mich. Na ja. So, jetzt geht es aber erstmal hier schön mitten ins Gesicht, zur Not. Sag ich doch. Ach so, der war ja schon tot. Entschuldigung, aber ich schieße auch manchmal noch auf den Tote. Also, die Waffe ist ja nicht mal präzise oder sowas. Schlimmer geht es doch gar nicht. So, du, da oben. Du bist tot. Verlieren wir. Machen wir auch noch weg. Ja, ist tot. Kein Problem, so. Das machen wir. Schon zum Käpt'n geworden in fünf Jahren, wow. Ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, dass ich sowas hasse, weil das immer so eng ist und unübersichtlich, oder? Wuhuuu. Was, warum? Alter, ich hab den voll erwischt. Warum war der nicht tot? Okay. Wir bleiben wohl mal bei der Waffe hier. Boah Der ist weg Man sollte echt immer schauen, was da unten alles los ist So, und jetzt, weil ich einfach Einfach, weil ich es kann Hau ich jetzt den nach hinten weg Haha Sind alle tot soweit Oh, guck mal einen an Ups Das war ich nicht Ich bin hier lieber Der K Alter Alter So Ey Jungs Oh Einmal noch einer Das war immer noch scheiße, aber Was soll's Ja Ich kann die Wesentliche einfach umhauen Boah, ist gefährlich Komm, ich hab keine Lust jetzt nämlich dabei drauf zu gehen Äh, nur durch dieses Dumme Ding hier Komm, jetzt lad mal schneller nach, ich seh da oben nämlich ein Feind So, der war scheinbar tot So Jungs Ich hab da noch was für euch Ich glaub, es gefällt denen auch gar nicht, was ich hier mache Aber Selbst schuld, wenn sie sich gegen mich stellen Hey, sieht da unten echt cool aus Oh, Entschuldigung Ich hab vergessen, dass ich hier im Krieg bin Und nicht auf einer Besichtigungstour Boah Wo war der Wo war der Wo Ich nehm dich einfach mal als Deckungstour Weil ich weiß Dass ich bei dir Sozusagen sicher bin Okay Komm, zeig dich So, weg mit ihm Weg mit ihm Oh, der, der, der war Der war gar nicht gut Der war schlecht Oh So, der ist auch weg Wo denn noch Wo denn noch Ich find hier doch nichts mehr Ich schieße auf Feinde, falls euch das nicht recht ist Ich kann ja nichts dafür, wenn ihr mir durchs Wagenkreuz laufen Habe ich schon mal gesagt, dass du diese Märkte hast? Haha Irgendwas war mit Mitte des Marktes Aber ich weiß es nicht Ich hab das nicht so richtig verstanden Die Wiener sollen ruhig sein Der ist schon mal weg gewesen Der aber nicht Und der auch nicht Der war glaube ich auch noch nicht weg, oder? Glaube Glaube Weiß Fertig So Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Darm trifft, ja? Aus der Hüfte heraus Aus einer Deckung heraus Was noch viel schlimmer das Ganze macht Oh mein, oh mein, oh mein Ups Das hab ich nicht gesehen Oh, sorry Bitte, lass uns bald da sein, ey Ja, da ist unser Wagen Also hopp, hopp Wo wissen die denn, wo wir hinwollten? Shit Fuck Was? 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 Wie? Wo bin ich denn runtergefallen? Was? Ich sag extra nichts, weil die die ganze Zeit labern Und sowas Das ganze darf sie umbringen Nein No Bald ist kein Dach mehr da Ja, bei mir war jetzt schon wieder kein Dach mehr da So ein Dreck Ja, ja Nein Fuck Ja, und jetzt Jetzt bin ich unten Was soll denn das? Hä? Hilfe, ich weiß nicht, wo hin Sch missed Schut-schut-schut-schut-schut Schut-schut-schut-schut Bloß Böse Wir tun den raus Das war die деitung Das war die Prozent Prozent ich habe auch verlaufen gut ich bin Bock auf die Kserie Alter wer weiß denn schon dann wo er hinrennen muss das war ja nur gerade auch nicht nicht ganz aber krass Heilig ey überall ist hier aber auch die Kacke am Dampfen ganz ehrlich zu sagen Ramirez mach den Drecksfernseher aus mein Sonderkommando ist Arsalanders ich übernehme ihre Einheit Sergeant Foley ja Sir zu Befehl Sir ich habe einen Striker von der harten Panzerdivision das ist doch schon mal gut Money Badger ist ein fieses Teil Sir damit kommen sie rein die Russen knacken unsere Verteidigung und unsere Daten diese Ecke dürfen sie nicht kriegen werden sie nicht zeigen sie es mir auf der Karte Sir na das wir können ja auch wieder was werden Exodus allerdings werden wir uns mit dem Exodus oder Exodus je nachdem wie man es aussprechen will egal mit dem Exodus werden wir uns befassen und zwar beim nächsten Mal finden und neutralisieren sie die Flugabwehrwaffen ja damit wir wahrscheinlich Luftunterschützung ordnen können das wird allerdings erst beim nächsten Mal passieren ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Mal wenn es dann ja im Krieg weitergeht was ja nicht mehr so schön ist das weiß ja jeder hoffe ich wenn nicht Krieg ist scheiße bis dann ciao ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal